Komm, guck hervor. Ach, komm, ey. Und. Platsch. Weg ist er. Was ist das denn hier? Plüscht hier. Irgendwie knackt er da so ein bisschen bei. Ich aktiviere, ob sich hier irgendwas öffnet. Läuft ja wirklich grad sehr gut. Die sehen mich hier absolut gar nicht, ne. Deswegen mal ein bisschen so hinknien. Stoppwurm mitnehmen. Warte mal. Stoppwurm mitnehmen. Mein Gott, das ist ja ein richtiges Rechenzentrum hier. So ein kleines. Ja. Aber hier dran mal. Hacken. Sicherheitsstufe 1? Pff. Ist ja lachhaft. Da oben lang müssen wir. Okay, so. Einmal schnell hier so lang. Oh Gott, das schaff ich nicht. Das schaff ich nicht. Glück gehabt noch geschafft. Oh. Wir haben unheimlich viel mitgenommen. Ich glaube, so alle wichtigen Punkte haben wir. Ähm. Ähm. Was haben wir hier stehen? Dieses Gespräch wurde automatisch archiviert. Weinbill. Hivemaster, bist du da? Reingehen, reingehen, reingehen. Bitte. Mr. Ben, Bruggen. So eine Überraschung. Keine Zeit zum Plaudern. Sie... Sieht Jobangebot noch? Sollte wahrscheinlich steht Jobangebot noch. Kommt drauf an. Was tun Sie, Ari? Wofür ich bezahlt werde? Nur diesmal sind Klienten nicht zufrieden. Das ist... Sie nie. Arrangement. BHK. Könnte eine Weile dauern. Ja. Also nicht so... Oh, das Atemraum, ne? Scheiße, was soll das? Weinbill. Habt... Rü... 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 Lady... Nie so wütend gesehen. WT-Trupp unterwegs. Keine Rücksicht. Empfehle Flucht. Was sind das für E-Mails, bitteschön. Also der Typ sollte mal... beschreiben lernen. Der offizielle Hive Newsletter. Nur für Hive Vibes. An diesem Sonntag feiert das Hive 15 Jahre in Lower Hengsha. Kommt und feiert uns die ganze Nacht. Gratis Champagner von 19 bis 22 Uhr. Dienstag Ladies Aug Night. Augmentiert heißt das auch, ne? Augmentiert die Ladies trinken gratis. An jedem Dienstag zwischen 19 und 22 Uhr. Warum augmentierte Ladies nur? Donnerstag Tanzwieder mit dem internationalen Superstar DJ Truong Hoa. Mit den neuesten Vietnam Trance Tracks. Freitag Radical Chick Night. Das Motto, mit dem alles angefangen hat. Kommt kostümiert als Freiheitskämpfer oder politischer Dissident. Dann gewinnt ihr vielleicht eine Gratisreise zum luxuriösten Wellness Center von Westland... Westland, Westland, China, Yangtze, Breeze. Hoffentlich sehen wir uns im Hive. Geben Sie Pritchard Bescheid, Malek. Der Hacker, der uns angegriffen hat, nennt sich Windmill. Richtiger Name, Ari van Bruggen. Belltower soll ihn verhaften. Verhaften oder beseitigen? Wie auch immer, als er beschossen wurde, ist er untergetaucht. Wir müssen ihn finden. In der Nähe der Stelle, wo ich sie abgesetzt habe, gibt es einen Nachtclub. The Hive. Er ist in Schwarzmarktkreisen berüchtigt. Wenn der Holländer auf der Flucht ist, geht er dort als erstes hin. Ich rede mal mit dem Besitzer. Super. Ein Praxispunkt erhalten, ein Praxispunkt verfügbar, bla bla bla. Zum Halb-Nacht-Club gehen. Ich denke, wir sollten jetzt hier eigentlich ohne Probleme durchkommen. Meine Karte zeigt nichts mehr an. Die ist still. Still, still am stillsten. Gucken wir uns hier eben noch schnell um. Ach, hätte ich auch hier durchgehen können. Feuer! Hoch! Hoch! Ja, kommen wir nicht mehr durch. Ach, da unterliegt Munition. Perfekt. Ähm, haben wir sonst noch irgendwas hier? Hier die Tür, da noch eine Tür. Hier haben wir ein Badezimmer. Ui, ist ja eine schöne große Wohnung. Aber... Na... Aber nicht wirklich... Also groß, ne? Nur groß. Nicht schön. Also ich finde sie jetzt nicht so sonderlich eingerichtet. Fang! Das würde bestimmt einen töten, ne? Ich glaube, es kam von hier. Ich bin weg. Verdammt. Ich sollte aufhören zu zocken. Dann kann das sein. Ich bin direkt neben euch. Hier können wir auch noch runter. Wo kommen wir denn hier lang? Ach. Kommen wir hier raus. So, hätte wir uns eine riesen Abkürzung nehmen können. Aber nein, ich werde einen anderen Weg launchen, ne? Immer, 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 ja. Da läuft nur einer rum. Verzieh dich. Los! Ich bin aufzug. Ah, jetzt patrouilliert der ständig hier. Ich werde nicht mehr. Ich weiß schon, wie ich da gleich machen werde. Sieht aus wie gerade so ein bisschen wie Jackie Chan, ne? Tschüss. So, passte. Kann nicht schnell weg hier. Ah, Mann, 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 Mann. Bis jetzt sind wir eigentlich relativ gut bei der Mission, ne? Jensen, ich dachte, sie wollen vielleicht ein paar Infos, bevor sie den Hive betreten. Der Besitzer heißt Tong Si-Hung. Tong ist der Nachname. Angeblich hat er Verbindungen zu den Triaden. Die Chefs des organisierten Verbrechens in China. Na, großartig. Will sonst noch jemand ein Stück vom Kuchen? Ähm. Da hat er eine Pistole dabei gehabt. Äh, sonst nix. Okay. Dann ist schon wieder einer. Mein Gott. Verdammt, nein. Jetzt hat Amson uns entdeckt. Verdammt, ich war zu voreilig. Kommt, Leute. Ich will aber niemand töten, ganz ehrlich. Kommt, zeig dich. Ich krieg dich, eh. So, der ist tot. Aua, Mann, Gott. Das hab ich gesehen. Nein. Oh. Oh, Leute. Oh. Wurde zuletzt denn gespeichert. Bitte nicht zu weit entfernt. Bitte. Komm, lad schneller. Los. Nein. Mach schneller. Pfff. Das war, glaub ich, vor 50 Jahren. Ah, nee, hier. Hier ist gut. Ich dachte, sie wollen vielleicht ein paar Infos, bevor sie den Hive betreten. Der Besitzer heißt Tong. пров 2-to-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do. Augen. Arm. Im. Im.